Jaa, ich springe. Was, jetzt mal ficken, Alter. Ohne Spaß. Das Scherz ist jetzt wieder dunkel, ne? Ist gut, ist gut. Oh, Alter. Ja, ich hab keine Nachtsicht. Ohne. Ohne, ich bin drauf geschissen. Ich weiß nicht, welche anders da ist es. Die rechte hier. Wieder ein Überräuser. Jaa. Jaa. Um gerade hoch. Wir sind bei ihrer Base unten. Bei Skills. Das schon. Das müssen wir ein bisschen beobachten, oder? Wow, auf mich wird schon geschossen. Von hinten? Von wo ungefähr? Von unten. Von geradeaus. Geradeaus. Ich glaube, da sind einer in einem Haus da vorne drin. Ich sehe die Polizei-Kamera. Ja, ich auch. Ja, dann schießt es weg. Wegschießen. 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 Wegschießen die Kisten einfach. Lass mich heilen. Neben der Baustelle. Ich laufe von der anderen Seite dran und fahr die Karre einfach weg. Leute. Ja, die laden ein. Ja, dann schießt das scheiß Ordner weg. Ich bin nirgends. Wir sind nirgends. Schieß einfach. Wo ist das Ordner? Ich fahr die... Fahr die Karre weg. Ich komm von der anderen Seite und fahr die Karre weg. Ich schieß die. Oh, ich bin tot, Leute. Ja, mich haben sie auch schon wieder getroffen. Ja, ich sehe sie nicht. Schieß auf die Kabel. Machst du das Ordner einfach. Ja, mach das Ordner wegmachen. Was denn? Bei der... Bei der... Bei der Werkstatt? Bei welcher Werkstatt? Ähm... Ich hab sie. Ja, aber die haben sicher nur ein Ordner. Was? Was? Wie viel Ordner ist? Ich glaub es haben. Ich muss meinen Loot wieder zu bekommen. Da steht einer mitten auf dem Dings. Wo ist jetzt das Ordner gestanden? Ich hab's kaputt geschossen. Ich hab mir ja Chancen ein. Ich glaub es. Was? Du hast ihn erschossen? Ja, ich meine, dass der da... Ja, der liegt jetzt. Oder? Ist halt gestorben. Vielleicht an der Explosion. Nee, den hab ich eben wirklich erschossen. Ja. Ich bin so gut wie wieder da. Nee, jetzt steht er wieder. Jetzt liegt er wieder? Ach, das ist wegen der Entfernung, Alter. Deswegen. Ich bin jetzt... Der steht mittendrin. Ich bin in den Lohnbein. Mittlere Straße grad. Ja, dann haben sie nur irgendwo ein Auto. Da haben sie im Inventar noch. Einfach. Ja, aber wann so viel Leute haben. Wir haben so viel Autos gehabt. Wir haben auf jeden Fall eine Karre weggefahren. Äh, und die hab ich explodieren lassen. Die ist wo gestanden? Das war die Polizeikarre. Ja, wo ist sie gestanden? Lass mich doch mal konzentrieren. Hier sind lauter Leute. Okay. Ich bin wieder bei meinem Loot. Jetzt hab ich den scheiß Wolf an der Backe. Die sind in der Base drin. Hä? Ja, ich weiß nicht, ob das ist. Ich schätze mal schon. So, ich bin wieder bei meinem Loot. Jetzt kommt von mir auch so ein scheiß Wolf. Ja, und die sind jetzt? Oh man, ich hab den scheiß Wolf an der Backe. Ey, die sind in der Base. Die sind von dem weißen Haus aus. Ey, die sind draußen. Und jetzt sinds. Da gucken sicher irgendwo ein Haus auch drinnen, ne? Ich sitze jetzt in nem Haus drinnen, ja. Ja, dort steht der Auto. Ja, wo steht der Auto? Hinten vor der Base, oder? Wer schleicht denn da um die Base rum? Ey. Wie dürftest du schlecht? Wir schießen. Ich hab einen, der andere ist unbewaffnet, dessen nackt. Ich hab einen, der andere ist unbewaffnet, dessen nackt. Ja, ja. Siehste mal. Wie scheiß Cheater. Ja, ja. Ja, der Waller. Der Waller macht sich, Alter. Ja, ja. Waller typisch. Hat man schon vorhin gelesen im Forum. Ja, ja. Ja, ja. Und all die großen Scheiben ist schlecht, ne? Ja, ja. Du bist du nicht. Wie kann man denn? Wie kann man denn? 202, du hast jetzt, du hast jetzt drei Videos von mir. Dann suche ich noch ein paar mehr mehr. 80 Bayer Fuel hier im Shelterheim, Alter. Und dann mit dir Blätter kann man sich reinbacken, ihr Spaß, Alter. Ach, jetzt soll läuft das aufhören, Alter. Hier kommt eine, hier kommt eine, ich treppe hoch. Ja, wir ficken euch auch noch, ihr Behindys, ey. Ich sehe jetzt da keinen Ort noch, Alter. Du bist so, wie eure Eltern euch immer gefickt haben. Ja, ja. Aber hier steht richtig viel Ethanol, Biofuel steht hier richtig viel. Zum Looten, oder was? Das ist wahrscheinlich unseres, ja. Ich weiß nicht. Wer von euch ist denn in der Base, oder?